Ein bisschen der Pechvogel der Saison, Ryan McMurtry. Er hat erst 18 Spiele gemacht. Du hast nicht sehr gut in dieser Saison angefangen. Du hast ziemlich viel verletzt und hast nur 18 Spiele gehabt. Was sind deine Gedanken über deine Saison jetzt? Oh, jedes Spiel. Ich versuche nur, was du kannst, um das Team zu gewinnen. Jeder Wunsch ist so wichtig. Wir sind jetzt in den Spielern. Man kann nicht auf Erinnerungen fokussieren. Du musst nur alle Nacht vorbereiten. Wir haben hier einen großen Strecke von Spiels vor der Olympischen Freizeit. Wie ich gesagt habe, ich versuche nur, bereit zu spielen und ein anderes großes Spiel für die Jungs. Es gibt nur noch große Spiele, viele Spiele bis zur Olympiapause, fast jeden zweiten Tag ein Spiel. Da muss man sich einfach darauf konzentrieren und einfach schauen, dass man heute ein großes Spiel wieder aufs Eis bekommt. Ja, wir haben gerade gesagt, dass du verletzt hast. So sind Sie jetzt komplett komplett gesund? Ja, das war eine gute Sache. Wir haben die extra Zeit. Und die Organisation war großartig. Sie haben mich geholfen, die ich geholfen hatte. Ich bin bereit, um gesund zu werden. Und es ist sicherlich eine Beleidung, um meinen Tuch zu finden und die Gruppe des Spiels zu finden. Die letzten paar Jahre zu finden. Aber es ist einfach ein großer Wunsch von gestern. Und ich werde jeden Tag hart arbeiten. Ich werde jeden Tag hart arbeiten. Und wie ich gesagt habe, es sind wirklich wichtige Spiele für uns dieses Jahr. Dadurch die Saison ist weg. Wir sind jetzt in den Spielern. Also es ist momentan eigentlich Playoffs, wo die Adler sich befinden momentan. Man muss jedes Spiel gewinnen. Man hat so viele Spiele hintereinander. Und deswegen muss man einfach immer bereit sein. Er ist jetzt wieder bei 100 Prozent und sagt, die Organisation war toll, war hinter ihm gestanden während seiner Verletzungszeit. Und man hat ihm auch die Zeit gegeben, sich wieder gesund zu werden und auf den Sport konzentrieren zu können. Und du hast einen großen Fußball gespielt. So, ich denke, du hast eine gute Zeit, um es zu sehen. Oh ja, ja. Es ist, you know, American football. Es ist immer... Ich habe immer liebte es. Es kind of runs in der Familie ein bisschen. So, you know, es ist eine schöne Zeit für sie für sie, mit den Playoffs zu kommen. Und wir haben viel Spaß mit unserem Team, mit der Fantasy Football League, jedes Jahr. Also, es wird die Leute über den Fußball und über die Spieler sprechen. Und, ja, es ist einfach, you know, es ist ein tolles Sporting-Event für die Leute, die sich über die Leute entspannen und darüber sprechen. Merch ist ein Fußball-Fan und momentan sind er die Playoffs gerade in der NFL. Und es ist eine super Zeit, auch für die Jungs in der Kabine. Weil die haben dieses Fantasy Football-Spiel, was sie spielen. Die sprechen über Spieler, sprechen sehr, sehr viel über Football. Da kommt man auch ein bisschen mal weg vom Eishockey. Nur von den Gedanken, man kann einfach mal über andere Dinge eben auch sprechen. Das Spiel heute ist sicherlich ein großes Spiel. Du hast das große Wunnen gegen Berlin, 62. Wer hätte gedacht, dass du so eine große Wunnen hast? Jetzt müssen wir es wiedersehen. Ja, ich meine, wir sind nicht glücklich mit der Saison-Serie ist, mit Straubing. Und, ja, natürlich, Coach Steuert wird ein bisschen extra excited für dieses Spiel. Und, ja, wir sind, wie ich gesagt, wir sind ein Spiel bei Spiel. Wir haben nur Berlin und Nürnberg gewonnen. Das sind zwei der größten Team in der Liga dieses Jahr. Also, das gibt uns ein bisschen Confidence und ein gutes Gefühl in der Raum. Und, ja, wir haben nur noch eine große Home-Eish-Advantage hier mit dem Team. Und, ja, wir haben nur den nächsten Wunnen gewonnen. Also, es waren zwei wirklich große Siege gegen Nürnberg und gegen Berlin. Und jetzt geht es halt eben gegen Straubing. Und da muss man gerade einfach nachlegen. Und, ja, Ryan hofft auch, dass die Fans, dass ihr da ein bisschen mitmacht und wieder die Unterstützung gebt, weil das hat extra noch mal dem Team noch mal ein bisschen was gegeben, eben die gute Stimmung zu Hause. Also, ihr wird die DJ für die Warm-Up. So, ich habe die Liste. Ja, es ist ein bisschen altes Stück, auch. Ja, ein bisschen alles auf dem da. Es ist schwer, wenn man all of a sudden sich fünf Songs für eine Warm-Up list wird, und jeder wird es hören. So, ich fühle mich die Pressure ein bisschen. Aber, ja, ich versuche nur ein bisschen alles. Das ist einfach wie ich mit Musik bin. Ich fühle mich einfach an, welcher Mood ich bin. Und, ja, ich mag es alles. Und, ja, hoffentlich, dass jeder es mag. Also, er hofft, dass jeder die Musik mag. Da ist so ein bisschen alles dabei. Es ist so schwierig. Er fühlt sich ein bisschen unter Druck, wenn er fünf Titel aussuchen muss und alle Leute, die hören. Also, deswegen hofft er, dass es jedem gefällt, vor allem seinen Mitspielern eben auch. Have a good game. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020